also das war ein absoluter game changer das war unvorstellbar also wenn ich vor zwei drei jahren hätte mich jemand irgendwie gefragt wo ich heute stehen werde mit meinem trading hätte ich selber nicht geglaubt und das war ja auch was ich mir erhofft hatte dass ich was lange über wann gehe ich rein wann gehe ich raus man ist irgendwelchen leuten gefolgt hatte irgendwelche abos mit den börsenbriefen ich meine die bohrt sich in der zwischenzeit sehr konstant beständig entwickelt eine wilde achterbahnfahrten diese tollen greifen drin wo du sagst okay stop oder oder let's go oder oder was auch immer dieses ampelsystem das hilft einem auch extrem preis leistung ist ich sag mal super da kenne ich ganz anderes für ein wochenende zehnmal so viel dein stil finde ich super also wie du es erklärst ich gut ich komplement und das hat mir sehr sehr gefallen es war immer spaß das war immer entspannt es mir hat am besten eigentlich gefallen ganz klar der aufbau und die aufzeichnungen ja dann nehme ich mir diese aufzeichnung her ich nehme mir die unterlagen her ich kann das nochmal nachvollziehen und das ist ich kann wirklich sehr flexibel reagieren es ist nicht selbstverständlich der bücher habe ich in der tat zwei mal viel viel gelesen aber es hat extrem geholfen einfach weil du es live mit max und erklärt bekommst weil du da ja situationen auch erklärt bekommst auf die jetzt sage ich mal im buch gar nicht eingehen würde und ja heute gehe ich denke ich wesentlich bewusster an die sache heran ich habe klare handelsregeln die stehen da gleich oben und setze mehr auf qualität für quantität ich habe auch schon andere kurse auch besucht und der große unterschied zwischen zwischen dir und 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 den anderen kurs war vor allem wollen dass das 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 konkrete und dass du dein ganzes wissen von von 20 jahren dass man gesehen hat das der 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 zählt das nicht einfach nur so weil es weil es halt in jedem internet forum irgendwo steht sondern das ist das ist dein wissen aus 20 jahren und er handelt das so also bücher lesen macht definitiv spaß bringt dich aber im grunde genommen nicht nicht wirklich weiter weil du einen one to one du brauchst den coach du brauchst den trainer mit erfahrung die die bücher sind alle super toll sind sind ihr geld auch wert nur es bringt dich letzten endes nicht weiter und anderen tradern würde ich dass das sehr empfehlen dieses dieses seminar plus mit dem mit dem brunnen noch dazu dass man dann konkrete strategien auch an die hand bekommen das allertollste ist die community schon alleine in der ausbildung wenn du mit 20 anderen leuten dich austauschen kannst und und fragen stellen und das ist unglaublich klar eine 10 10 plus es ist eine note 10 definitiv ist eine 10 eine glatte 10 auf alle fälle mal eine 10 und in dem bereich ist es eine klare ziehen